Die 10 Top Gründe, warum du ständig müde bist und was du dagegen tun kannst. Wenn sie ständig müde sind, gibt es wirklich gute Nachrichten, denn das Geheimnis scheint gelüftet. Es gibt eine neue, sehr, sehr aufschlussreiche Studie. In diesem Video geht es natürlich um diese Studie, aber auch um die verschiedenen Arten von Müdigkeit und welche Ursachen sie haben, kann und was sie natürlich dagegen tun können. Wir schauen uns mal dieses Geheimnis der chronischen Müdigkeit an. Denn erstmalig wurden Menschen mit chronischer Müdigkeit so richtig gut untersucht und auf links gedreht. Und diese Studie ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Und dann schauen wir noch auf den Hauptfaktor Nummer 1 für den schlechten Schlaf. Denn den gibt es wirklich, aber gleich mehr dazu. Haben Sie schon mal die Situation erlebt, wenn jemand bei einem Fest der Akku des Handys ausgeht und nicht gleich ein geeignetes Ladegerät greifbar ist? Pure Panik bricht aus, die Mobilisation mehrerer Menschen ist notwendig, damit der arme Tropf wieder mobil erreichbar ist. Beim Handy achten wir auf sowas sehr, aber bei unserem eigenen Akku interessiert es uns nicht. Und deswegen befinden sich viele Menschen einfach im Dauerzustand des chronischen Schlafmangels und der schlechten Schlafqualität. Und das Ganze führt dann natürlich zu Tagesmüdigkeit, wenn die Menschen zu spät ins Bett gehen, bis nachts in die Puppen, noch in die Glotze schauen oder dann einfach auch zu früh aufstehen oder aufstehen müssen. Und es ist häufig ein Leben gegen den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus. Ich selbst habe das auch jahrelang machen müssen. Im Schichtdienst, ich habe es selbst erlebt, als ich dann aus dem Schichtdienst raus bin, habe ich tatsächlich ein Dreiviertel des Jahr bis Jahr gebraucht, damit mein Körper wieder einen ganz normalen Tages- und Nachtrhythmus gelernt hat, damit er sauber unterschieden hat zwischen Tag und Nacht. Und deswegen gibt es hier einige grundlegende Tipps, die Sie wirklich berücksichtigen sollten. Sie sollten einfach Ihren circadianen Rhythmus beachten, denn wir wissen aus der Wissenschaft, dass das für unseren Körper ganz, ganz wichtig ist. Versuchen Sie einfach herauszufinden, wie viele Stunden Schlaf Sie brauchen. Die Wissenschaft sagt ja so zwischen sechs und neun Stunden sollen es sein. Vermutlich liegt die magische Zahl bei sieben Stunden. Zu viel Schlaf ist schlecht, zu wenig Schlaf ist schlecht. Also Sie sollten einfach irgendwie schauen, dass Sie herausfinden, wie viel Schlaf brauchen Sie denn. Und dann sollten Sie auch immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen, damit der Körper hier ganz, ganz klar unterscheiden kann, wann endet denn mein Tag. Sie sollten abends kein Alkohol trinken. Ich habe das also selber bei mir ausprobiert. Mein Schlaf wird wesentlich schlechter, wenn ich Alkohol trinke. Selbst kleinste Mengen und Sie sollten auch sechs bis zwölf Stunden Abstand zum Schlaf mit Koffein halten. Auch Koffein ist einer der Hauptfaktoren, warum der Schlaf schlecht ist und warum man dann nicht so richtig einen Tiefschlaf aufbaut. Außerdem, ich persönlich empfehle Ihnen, möglichst e-smogfrei zu schlafen. Es gibt die magischen kleinen Dinger, die heißen Netzfreischalter. Und so ein Netzfreischalter schaltet Ihnen im Schlafbereich oder in bestimmten Bereichen der Absicherung dann den Strom runter. Die 220 Volt liegen nicht mehr an, wenn der letzte Verbraucher abgeschaltet ist. Es zirkulieren dann irgendwie so drei, vier, fünf Volt. Und wenn wieder ein Verbraucher angeschalten wird, registriert dieser Netzfreischalter das im Keller in Ihrem Sicherungskasten und dann schaltet er wieder die 220 Volt auf. Außerdem sollten Sie nachts Ihr WLAN wirklich ausschalten, solange noch nicht eindeutig geklärt ist, dass das überhaupt gar kein Problem letzten Endes macht. Die Studienlage diesbezüglich ist ja ein bisschen ambivalent. Außerdem, es gibt ganz modern mittlerweile Temperaturschlafmatten, die leider Gottes auch am 220 Volt Netz hängen. Vielleicht haben Sie da schon mal was davon gehört. Das sind also automatische Matratzen, die die Temperatur hochregeln, wenn Sie ins Bett gehen, sodass es kuschelig warm ist und dann im Laufe der Nacht wieder runter regulieren. Die Hersteller sagen, dass das bis zu 25 oder 20, 25 Prozent bessere Schlafphasen, Tiefschlafphasen macht. Sie können natürlich auch Ihren Schlaf tracken. Ich selber mache das mit so einer Uhr hier. Es gibt da so verschiedene Anbieter und es gibt dann Apps dazu. Also auch ich nutze das ganz einfach für mich. Nicht so sehr, weil ich so ein Technikfreak bin, sondern eher, damit ich mich selbst diszipliniere, wenn dort rote Zahlen stehen. Das treibt mich dann da ein bisschen in den Wahnsinn und ich achte wieder sehr auf meinen Schlaf, weil ich einfach dazu neige, auch zu viel zu arbeiten und zu spät ins Bett zu gehen. Wenn Sie keine technischen Hilfsmittel benutzen, dann schreiben Sie einfach auf und wie Sie sich fühlen und so weiter. Führen Sie so ein kleines Schlaftagebuch. Und es gibt noch Melatonin. Ich liebe Melatonin sehr. Es hilft einfach, die Einschlafzeit zu reduzieren. Dort gibt es auch gute Studien. Das darf man auch so behaupten medizinisch. Und viele Menschen berichten dann, wenn sie Melatonin einnehmen, dass sie einfach leichter in den Schlaf kommen, dass sie entspannter in den Schlaf kommen, dass ihre Muskelverspannungen auch ein Stück weit sich dann lösen in der Einschlafphase, dass ihnen das gut tut und dass sie dann auch über einen verbesserten Tiefschlaf verfügen. Und es gibt bei mir auch im Prinzip zwei Dinge, die mich aus dem Bett treiben. Erstens ist, wenn ich mein Melatonin vergessen habe und nachts, wenn der Feuerwehrpiepser geht. Und das sind so die beiden Dinge, worum ich dann nachts aufstehe. Wer sich dauerhaft zu wenig bewegt, wird schneller müde. Und Sie kennen dieses schöne Gefühl, wenn Sie vielleicht vom Joggen kommen, vom Nordic Walking kommen, schöner Spaziergang an der frischen Luft und Sie schlafen einfach zufrieden ein. Oder wenn Sie beim Schwimmen waren oder aus der Sauna kommen, dieses schöne zufriedene Gefühl. Und das ist im Prinzip ein Resultat der Bewegung. Wir sollten uns viel bewegen. Das wissen Sie. Wir sollten 2,5 Stunden moderate Bewegung pro Woche schaffen. Ich empfehle täglich mehr, eine halbe Stunde bis eine Stunde eine Basisbewegung. Ich mache das hier an meinem Arbeitsplatz, wenn ich meine Telefontermine abarbeite in der Praxis. Ich habe einen Stehschreibtisch. Darunter ist ein Gehband. Das heißt, ich bewege mich. Ich gehe so viel wie möglich pro Tag. Und dann sollten Sie natürlich noch Ihre Herzfrequenz nach oben treiben oder eben auch leichtes Sporttraining mit Muskeln, mit Kraft machen. Was auch immer Sie da machen möchten, auf jeden Fall bewegen Sie sich und tun Sie was für Ihre Gesundheit. Rosten Sie keinesfalls ein. Zu spätes Essen, zu viel Fett, zu viel Kalorien. Nach einer opulenten Mahlzeit fließt vermehrt Blut in den Magen, Darmtrakt in die Verdauungsorgane. Und andere Regionen werden dann weniger mit Sauerstoff versorgt. Man wird müde. Sie kennen das. Die Leber muss ja diese ganzen Nährstoffe verarbeiten. Die Chinesen haben das in ihrer traditionellen chinesischen Medizin ja schon lange gesagt. Seit über 2000 Jahren erzählen sie immer wieder das Gleiche. Nicht zu spät essen. Am besten vielleicht abends gar nichts. Und dieses Sprichwort, in der Früh wie ein Kaiser, abends wie ein Bettelmann essen, auch da hängt einfach sehr, sehr viel Weisheit dran. Und wie macht es denn der bestuntersuchteste Mensch der Welt? Brian Johnson, so heißt er, ein Multimultimillionär. Ein sogenannter Biohacker, jemand, der sich vorgenommen hat, er möchte kaum altern, ganz jung bleiben, am besten 200 Jahre alt werden. Er betreibt einen absoluten Aufwand für dieses Ziel. Wir müssen sich mal beschäftigen mit dem Mann. Also teilweise ziemlich crazy. Aber da hängen natürlich auch viele gute Tipps dran. Er investiert Millionen von US-Dollar in seine Gesundheit. Und er nimmt die letzte Mahlzeit um 11.30 Uhr zu sich in der Früh und geht dann in eine Fastenphase. Probieren Sie einfach mal aus, wenn Sie abends weniger essen. Diese späte Völlerei, die wirkt sich wirklich ganz, ganz schlecht auf unseren Schlaf aus, auch auf unsere Leber aus. Denn der ganze Kram, der muss ja schließlich dann von der Leber nochmal verarbeitet werden. Und das dauert dann einfach zwei, drei, vier Stunden, bis die Leber ihre große Stoffwechselaufgabe nach so einem opulenten Mahl dann erledigt hat, wenn Sie zu spät essen. Spätestens 17, 18 Uhr sollten Sie Abend gegessen haben und dann am besten eher leicht verdauliche Sachen. Was ist denn der Hauptfaktor Nummer eins für Tagesmüdigkeit? Und hier sind schätzungsweise, und muss man sich die Zahl auf der Zunge zergehen lassen, eine Milliarde Menschen auf dieser Welt davon betroffen. Wir sprechen von der sogenannten obstruktiven Schlafapnoe. Ungefähr 8 bis 16 Prozent der Menschen leiden darunter. Bei Männern bis zu viermal häufiger kommt das Ganze vor und bis zu siebenmal häufiger bei Menschen, die einfach übergewichtig sind und einen Body Mass Index von über 30 haben. Was bedeutet obstruktive Schlafapnoe? Das sind also diese berühmten Atemaussetzer, wenn also mehr als fünf Atemaussetzer pro Stunde eintreten. Und das Problem ist hier diese starke Entspannung der Muskulatur in den oberen Atemwegen im Schlaf. Und Übergewicht, wie gesagt, gilt hier einer als Haupt, der Hauptrisikofaktor oder Risikofaktor Nummer eins für dieses Schlafapnoe-Syndrom und für die starke, starke Tagesmüdigkeit, die dann daraus resultiert. Durch die Fetteinlagerung in den oberen Atemwegen sinkt der Atemwegsdurchmesser und dann ist die Atmung einfach gestört. Und wie gesagt, häufig bei übergewichtigen oder adipösen Menschen, dort nimmt diese obstruktive Schlafapnoe gut oder viel, viel zu. Obwohl lautes, störendes Schnarchen von 85 Prozent der Menschen mit obstruktivem Schlafapnoe berichtet werden, haben die meisten Menschen, die dann schnarchen, trotzdem keine obstruktive Schlafapnoe. Also da können sie sich ein Stück weit entspannen, weil Schnarchen eben nicht direkt damit zusammenhängt. Und was passiert hier? Es kommt hier zum teilweise vollständigen Verschluss der oberen Atemwege, zu kleineren Atemstillständen, die teilweise bis zu über zehn Sekunden dauern. Und das führt dann zu exzessiven Tagesmüdigkeit, immer wiederkehrendes Erwachen dann in der Nacht. Die Leute sind total gerädert, haben morgendliche Kopfschmerzen, kriegen es eventuell auch gar nicht mit. Der Partner kriegt es dann eher mit als sie selbst. Und die Therapie ist dann diese berühmte C-PAP-Maske, diese berühmte Atemmaske. Es gibt auch bestimmte Schienen für den Kiefer, es gibt auch Fälle, wo man operiert und so weiter. Grundsätzlich ist aber die Prognose mit so einer obstruktiven Schlafapnoe sehr, sehr gut, braucht man sich keine großen Gedanken machen. Aber Sie sollten es wirklich mal analysieren lassen, Sie sollten es behandeln lassen, denn solche Patienten haben nicht nur das erhöhte Risiko für die Tagesmüdigkeit, sondern dann auch für den Bluthochdruck, auch für Vorhofflimmern, auch für Herzrhythmusstörungen und so weiter. Und tatsächlich gibt es in der Menschengruppe mit obstruktiver Schlafapnoe mehr Tod durch Autounfälle oder gehäufte Unfälle, weil die Menschen eben so stark müde sind. Ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Müdigkeit und Schlaf ist das Thema Stress, Burnout und Adrenalfatig. Was bedeutet das Ganze? Während wir jetzt gerade gehört haben, bei der obstruktiven Schlafapnoe, dass die Menschen eine brutale Tagesmüdigkeit haben, über den ganzen Tag konstant verteilt, so gibt es hier bei Adrenalfatig ein typisches Muster. Das würde ich Ihnen gerne erklären. Und zwar sind es Menschen, die in der Früh schlecht gelaunt aufstehen, in der Früh keine Kraft haben. Der typische Morgenmuffel, der erstmal zum Kaffeeautomaten schlürft und erstmal ein, zwei Tassen Kaffee tanken muss, damit er so richtig in die Gänge kommt. Und viele Menschen sagen dann ja, ich brauche ein Gläschen Sekt in der Früh, ich habe Kreislaufprobleme, mein Blutdruck ist schlecht und so weiter. In Wirklichkeit ist es aber die Nebenniere, die hier das wichtige Hormon Cortisol vermutlich in der Früh bei diesen Menschen zu wenig produziert. Denn wir brauchen viel vom Hormon Cortisol in der Früh, damit wir gut und kräftig und tatenkräftig in den Tag starten können. Wenn die Nebenniere allerdings wenig davon produziert, dann sind wir der typische Morgenmuffel. Uns reicht die Kraft bis circa 11 Uhr nicht so sehr. Sondern wir starten dann später in den Tag. Und es sind durchaus Menschen, die in sehr, sehr hohen Positionen sitzen, im Vorstand irgendwo. Aber die Entwicklung dorthin, ihre berufliche Entwicklung und so weiter, die hat dafür gesorgt, dass einfach ihre Nebenniere sehr, sehr ausgemerkelt ist, sehr, sehr geschwächt ist durch diese hohe Stressanforderung. Was bedeutet Stress? Stress bedeutet nicht, dass sie irgendwie sich gehetzt fühlen, sondern Stress bedeutet das Maß der Anpassung an eine bestimmte Situation. Und wenn sich diese Menschen ihr Leben lang anpassen mussten, an verschiedene Chefs, an verschiedene Mitarbeiter und so weiter, dann ist diese Nebenniere halt eher mal erschöpft. Also, in den Tag starten klappt nicht so richtig. Erst im Laufe des Tages bekommen Menschen mit Adrenalfatig immer mehr Kraft, weil sich ganz einfach ihre natürliche Hormonproduktion der Nebenniere dann dem Tagesprofil angleicht. Das ist so ähnlich wie so ein Raketenstart. Am Anfang benötigt die Rakete viel Power, damit sie in die Luft kommt und dann immer weniger Kraft, damit sie in der Luft bleibt. Oder wie beim Flugzeug so ähnlich kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und es gibt viele Künstler, Autoren, Musiker und so weiter, die einfach spät aufstehen, einfach weil ihre Nebenniere erschöpft ist und weil sie dann auch spät arbeiten müssen und die dann richtig kreativ werden. Und manche, die haben dann so ihre Hochzeit so ab 20, 21 Uhr und machen dann bis in die Puppen, schreiben ihre Bücher und so weiter. Es gibt allerdings auch wieder ganz andere. Ich habe einen sehr, sehr bekannten Erfolgsautor in Behandlung, der sagt, am liebsten steht er in der Früh um vier auf, da hat er die besten Ideen. Also sicherlich ein Mensch, der kein Adrenalfatig hat und den seine Nebennieren so richtig schön in der Früh nach dem Aufstehen in den Tag katapultieren. Und wie gesagt, wenn Sie ein Morgenmuffel sind und eine Nachteule, es gibt gewisse Tests, wo man schauen kann, ob Ihre Nebenniere ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind, was die Nebenniere überhaupt im Tagesprofil zu leisten vermag. Und wenn Sie das näher interessiert, in meinem Hormonkurs gibt es das alles beispielsweise. Ich habe Ihnen auch mal ein Tagesprofil verlinkt hier unter dem Video, damit Sie mal schauen können, was macht Ihre Nebenniere denn so den ganzen lieben langen Tag. Und dann kann auch eine anhaltende Unterforderung und Langeweile im Job dazu führen, dass Sie sich tagsüber total müde fühlen. Und ich habe sehr, sehr viele von diesen Patienten, die in guten Positionen sitzen, die ein richtig gutes Geld verdienen und sagen, ich langweile mich total in meinem Job. Und darf man das überhaupt sagen? Viele sind bei der Bundeswehr. Aber wie gesagt, stecken Sie sich ein sinnvolles Lebensziel, für das Sie brennen. Denn die Amerikaner sprechen da immer von The Droven und The Driven, also die Gejagten und die Getriebenen. Werden Sie also nicht zu einem Gejagten von Ihrem Job, sondern werden Sie zu einem Getriebenen, der für sein Lebensziel gerade steht. Verlassen Sie Ihre Komfortzone. Denken Sie darüber nach, was sind eigentlich Ihre Träume, Ihre Wünsche. Verwirklichen Sie das Ganze in Ihrem Job und werden Sie einfach zu jemand, der in der Früh aufsteht und für seine Arbeit oder für sein Lebensziel brennt. Und kommen wir jetzt mal auf diese Studie zu sprechen, die ich eingangs erwähnt habe. Und hier geht es um das postvirale Müdigkeit-Syndrom oder um das chronische Fatigue-Syndrom. Denn das ist die Menschengruppe, die wirklich am müdesten von allen sind. Das ist eine Studie, die 2016 ins Leben gerufen wurde. Leider sind viele Patienten hier rausgefallen, weil die Pandemie kam. Und so hat man an einigen Patienten, ich glaube, es waren 16 oder 17, geplant waren über 200, diese Studie nur durchgeführt. Und jetzt höre ich schon wieder, die Kritiker sagen, ja, mit 16 oder 17, das ist keine Studie. Bitte ruhig bleiben, einfach anhören und schauen, was hat man mit diesen Menschen denn gemacht. Denn diese Menschen haben ganz, ganz harte Kriterien, Einschlusskriterien bekommen und man hat diese Menschen wirklich einmal komplett auf links gedreht. So ziemlich jede medizinische Untersuchung, die es gibt, ist gelaufen. Psychologische Bewertungen, Fragebögen zur Erfassung von Erschöpfung, von Stress, von Schlafstörungen, von Angst, von anderen Symptomen, Physiologische Messungen, Tests zur körperlichen Leistungsfähigkeit, Bewertung der körperlichen Kapazität, Anstrengungspräferenztests, auch biochemische Tests, mikrobiologische Tests, ein Haufen immunologische Essays sind gelaufen, es wurde Blut, Stuhl, Liquor, also die Gehirnflüssigkeit untersucht, Muskelproben wurden genommen, man hat Proteine, Eiweiße, einen Haufen Stoffwechselprodukte, Fette untersucht und vor allem man hat die sogenannte Genexpression untersucht. Dann weiter neuropsychologische Tests, Herzfrequenztests, Herzvariabilitätsmessungen, MRTs, CTs gemacht und so weiter. Also wirklich einen Haufen Untersuchungen. Und was waren die Befunde oder was war erstaunlich für die Forscher, sodass sie sagen, das ist wirklich das erste Mal, dass wir verstehen, was passiert, wenn jemand eine chronische Epstein-Barr-Virus-Infektion hat, wenn jemand eine chronische Covid-Infektion oder Post-Covid-Infektion hat, vielleicht sogar was passiert bei einem Post-Vakzin-Symptom oder Syndrom. Also das sind wirklich harte und interessante Fakten erstmalig herausgekommen. Erstmal die nativen B-Zellen waren vermehrt. Das sind also bestimmte unreife Formen von B-Lymphozyten, von Immunzellen, die noch keinen Kontakt zu Fremdpartikeln wie Viren oder so bekommen haben und darauf reagiert haben. Und eine Zunahme dieser Zellen, die kann darauf hinweisen, dass das Immunsystem aktiviert wurde beziehungsweise versucht, auf eine Infektion zu reagieren. Die Gedächtnis-B-Zellen waren vermindert. Das heißt, dass also die B-Zellen zwar auf einen Erreger reagiert haben und sich an diesen Erreger erinnern und diesen Kontakt dann schneller und effizienter schalten können, wenn sie normal sind. Aber in diesem Fall bei diesen Menschen waren diese Zellen vermindert. Das heißt, das kann das Immunsystem beeinträchtigen, hier schnell zu reagieren und seine Kaskaden, seine Immunkaskaden loszutreten. Dann hatten die Forscher gesehen, dass es zur sogenannten chronischen Antigen-Stimulation kam. Das bedeutet, dass es ein Zustand, wo das Immunsystem über langen Zeitraum fortlaufend aktiviert war, während diese Immunantwort lief. Das heißt, die Forscher haben vermutet, dass es hier im Prinzip durch diese ständige Aktivierung des Immunsystems zu einer Erschöpfung des Immunsystems kommt, beziehungsweise, dass bei solchen Menschen das Immunsystem dann überarbeitet war. Der programmierte Zelltod war auf T-Lymphozyten erhöht und das kann man so deuten, dass hier eventuell das Immunsystem so aktiviert wird, dass es auch gesunde Zellen angreift. Und dann, oh Wunder, oh Wunder, auch die Darmflora dieser Menschen, das Mikrobiom war stark verändert und zwar hat es eine geringe Diversität aufgezeigt. Das bedeutet, die Darmbakterien, die waren also nicht in voller Blüte und Pracht vorhanden. Und dann gab es auch noch Störungen im Neurotransmitterstoffwechsel. Das bedeutet also, die Dopaminmetaboliten waren im Liquor signifikant verringert und so hat man also das mit einer schlechteren motorischen Leistung in Verbindung gebracht, sprich diesen chronisch müden Menschen, denen fehlt die Kraft, aber denen fehlt auch die Kraft zu denken. Die Ruhefrequenz im Herzen war höher, die nächtliche Erholungsphasen, all das war vermindert und die Menschen waren einfach nicht so belastbar. Die sogenannte Anstrengungspräferenz, die war nicht mehr gegeben. Die Menschen, die wurden in einem Test finanziell belohnt, wenn sie bestimmte Knöpfe und so weiter gedrückt haben, aber man hat gesehen, die haben gar nicht mehr diesen Drive, diese Anstrengungstendenz wie ein normaler Mensch, der sagt, ja, ich hole mir hier den Jackpot. Was ist also das Fazit der Studie? Die Autoren führen diese chronische Müdigkeit auf bestimmte Dysbalancen von Hirnregionen zurück, die dann die Motorik dann steuern, sprich also die Menschen sind sowohl im Kopf müde als auch dann tatsächlich in der Muskulatur und sie betonen, dass also hier keinesfalls psychiatrische Symptome dahinter stecken. Was sollten sie also tun, wenn sie jetzt unter so einer chronischen Müdigkeit leiden und sie vermuten tatsächlich, hier steckt eine Infektion dahinter oder das Ganze ist nach einer Infektion aufgetreten. Auf jeden Fall sollten sie darauf pochen, dass sie weitergehende Immuntests bekommen. Die Hausärzte machen einfach nur ein paar Immunparameter, aber wir können schon sehr, sehr tief ins Immunsystem reinschauen. Eventuell müssen sie dazu einfach an ein Zentrum gehen, an eine Universität und jetzt kommt wieder der große Aufschrei, da gibt es eh keine Termine, stimmt nicht, ich mache es hauptberuflich, da muss man einfach halt mal warten, sich anmelden und dann kriegt man auch an so einer Einheit oder Einrichtung mal einen Termin. Das dauert dann ja vielleicht mal zwei oder drei Monate. Schauen sie auf jeden Fall ihr Mikrobiom an, denn die Darmflora muss einfach passen, dazu habe ich Ihnen schon so viele Videos gemacht, die Verlinkung Darmflora, Immunsystem, Bauchhirn, Neurotransmitter, das muss einfach funktionieren und dann sollten sie einfach auch mal abklappern, habe ich denn eine chronische Virusbelastung, das kann wieder der Hausarzt machen und lassen sie sich nicht abspeisen nach dem Motto, naja, da war mal ein Epstein-Barr-Virus, aber mittlerweile ist alles ausgeheilt, das können wir mit diesen normalen Standardparametern der Immunologie im hausärztlichen Wesen nicht erfassen und eventuell steckt hier einfach der Hauptklassiker dahinter, die chronische Epstein-Barr-Virus-Infektion oder eben Covid oder irgendein anderes Virus, das eben zur chronischen Müdigkeit dann letzten Endes führen kann. Eine zu große Gift- oder Schadstoffbelastung in ihrem Körper kann auch zur chronischen Müdigkeit führen, eine Leberbelastung, die macht einfach total chronisch müde, was hat die Leber für eine Aufgabe? Sie macht aus Giften für einen kurzen Moment ein noch giftigeres Gift, ein Giftgift sozusagen und dann packt die Leber einige Seitengruppen dran, entgiftet das Ganze und dann kommt es zu den Ausscheidungsorganen, dieses fertige Molekül und wenn dieses System der sogenannten Biotransformation überlastet ist, dann haben wir das Problem Müdigkeit. Deswegen sollten Sie einige Maßnahmen ergreifen, stellen Sie sich einfach nicht in die Abgase von Autos, stellen Sie sich nicht in den Grillrauch rein, einfach keine künstlichen Grillanzünder, solche Dinge sollten Sie vermeiden, vermeiden Sie Plastik, wo es nur gerade geht, Plastikflaschen, nicht rauchen, Schutzmasken tragen beim Malern, beim Pinseln, beim Heimwerkern, Stäube und so weiter, meiden, Schwermetalle meiden, schauen Sie sich mal mein letztes Video an, wo es um das Thema Schwermetalle im Trinkwasser ging, über Wasserhähne und ich habe Ihnen dann schon so viele Videos dazu gemacht, wie Sie auch Ihre Leberleistung wieder nach oben schrauben können. Entgiften Sie regelmäßig auf der molekularen Ebene, das wichtigste Molekül heißt hier Glutadion, führen Sie Ihre Leber ab und zu Nährstoffe zu, damit Sie immer wieder solche kleinen Stärkungsphasen der Leber einlegen können. Alphaliponsäure ist auch ein Stoff, den ich hier sehr empfehlen kann und dann gehen Sie in die Sauna, wann immer es irgendwie möglich ist, denn wir wissen aus Studien, dass der Weichmacher Bisphenol A beispielsweise am besten über die Sauna, über das Schwitzen dann aus Ihrem Körper ausgeschieden werden kann. Und dann kann natürlich auch ein chronischer Nährstoffmangel und hier ist in erster Linie mal der Eisenmangel zu nennen, zu einer chronischen Müdigkeit führen. Sie können das einfach testen über den Wert Ferritin oder Transferin oder Transferinsättigung. Ferritin ist wahrscheinlich so am geläufigsten. Ich bevorzuge einen Ferritinwert bei Männern und bei Frauen, der mindestens dreistellig ist, also 120, 140, 150, da sollte er ungefähr liegen. Warum? Unter 70 kann es schon zu den ersten Symptomen kommen. Zum Haarausfall beispielsweise unter 70 ist die Wachstumsphase des Haares kann da schon gestört sein und ist wahrscheinlich so der häufigste Grund für Müdigkeit vor allem bei Frauen mit starker Regelblutung, weil sie dann sehr, sehr stark Eisen verlieren, wenn sie unter einer starken Regelblutung leiden und unter chronischem Eisenmangel. Lassen Sie mal Ihren Progesteronspiegel überprüfen, das nur als Tipp am Rande und dann führt dieser Eisenmangel nicht nur zu Müdigkeit, sondern man muss mehr atmen, das Treppensteigen, fällt schwer und so weiter und es kommt zu Nagelveränderungen, zu Hautveränderungen und dann vor allem auch ein Symptom neben dem Haarausfall Migräne und Kopfschmerzen. Also der Eisen, diese Eisenmangelmüdigkeit, das ist eher so ein nach dem Motto, ich war doch früher fitter als 18-Jährige und bin jetzt den ganzen Tag müde, Sie müssen total viel schlafen, sind vielleicht blass und so weiter, lassen Sie auf jeden Fall den Ferritin-Speicher mal überprüfen, denn häufig fehlen solche äußeren Anzeigen auch, aber man weiß ganz genau dann hier unter 10 beispielsweise der Ferritin-Wert, der führt dann ganz dramatisch im Prinzip zu solchen Symptomen oder kann dazu führen. Vitamin D kann auch fehlen, aber diese Vitamin D Mangelmüdigkeit, die ist ein bisschen anders, das ist eher so eine Lustlosigkeit, so eine Antriebslosigkeit, eigentlich könnte man, aber man hat nicht so richtig viel Lust, wenn Sie darunter leiden, Vitamin D-Spiegel checken und dann sollten Sie natürlich noch ausreichend trinken, denn auch der Nährstoff Wasser ist super, super wichtig, damit wir tagsüber nicht müde werden und einfach leistungsfähig bleiben. Kennen Sie das am Sonntagnachmittag, Sie liegen schön gemütlich auf der Couch und irgendjemand aus der Familie möchte jetzt sofort spazieren gehen und Sie lassen sich erstmal auf eine mehrminütige Diskussion ein, weil Sie sich so müde fühlen und dann raffen Sie sich doch auf und an der Luft ist alles top, Sie fühlen sich fit, Sie fühlen sich frisch und sagen, Mensch, wie schön ist das Leben hier am Sonntagnachmittag, wenn wir um diesen See herumgehen und dann kommen Sie zurück und wupp, Ihr ganzer Energiehaushalt fällt wieder wie ein Kartenhaus zusammen und wenn Sie das haben, dann könnte eine unerkannte sogenannte subklinische kleine, milde Schilddrüsenunterfunktion dahinter stecken. Also so ein Phänomen on, off, vielleicht haben Sie auch einen Partner oder Partnerin, die beim Fernsehen einschläft, einen nickt und Sie sprechen diejenige Person dann an und schwupp, ist sie wieder hellwach und spricht mit Ihnen und dann nach ein, zwei Minuten ist sie schwupp wieder eingeschlafen. Also wie wenn man so einen Fernseher an- und austritt, solche Menschen haben dann häufig ein unerkanntes Schilddrüsenproblem und hier haben wir ja unterschiedliche TSH-Werte, was uns diese Diagnostik in unserem Land nicht so einfach macht, warum internationale Fachgesellschaften sagen, TSH-Wert über 2,5 deutet schon auf so eine milde Schilddrüsenunterfunktion hin, während wir jetzt jahrzehntelang gesagt haben, wo die Grenze so bei 4 oder über 4,0 4,4 je nach Labor lag, jetzt hat man sich auf 3,3 ungefähr geeinigt und wir hier in Deutschland sagen, ab einem Wert von über 3,3 ist es eine milde Schilddrüsenunterfunktion, internationale Fachgesellschaften sagen aber über 2,5 ist es eine milde Schilddrüsenunterfunktion, das heißt, die könnten also einfach hier in Deutschland mit einem normalen Schilddrüsenwert herumlaufen, haben schon eine milde Schilddrüsenunterfunktion, leiden schon unter diesen Symptomen, aber ihr Arzt, Ärztin sagt, eigentlich ist mit der Schilddrüse alles in Ordnung, deswegen schauen Sie einfach mal drauf. Was sind noch weitere Symptome, natürlich neben der Müdigkeit dann eventuell auch mal ein Gewicht, das sich aufbaut, Hautveränderungen und so weiter, also die typischen milden Schilddrüsenunterfunktion Symptome, die aber sich in erster Linie mal über die Müdigkeit zeigen. Wann sollten Sie denn auf jeden Fall zum Arzt gehen, wenn Sie unter einer starken Müdigkeit leiden und noch weitere Symptome hinzukommen, zum Beispiel, wenn ein unfreiwilliger Gewichtsverlust dazukommt, wenn Fieber dazukommt, wenn Nachtschweiß dazukommt, wenn die Müdigkeit auch gepaart ist mit chronischen Lymphknotenschwellungen und solche Dinge, wenn es dann zu blutigem Stuhl kommt, wenn schwarzer Stuhl kommt, Schwellungen des Bauches, wenn es Ihnen nicht gut geht Richtung Depression, massive Gelenkschmerzen, mehrere Organsysteme betroffen sind und so weiter, dann ist es Zeit, dass Sie Ihrem Arzt von dieser Müdigkeit erzählen. Ich hoffe, Ihnen konnte das Video ein bisschen helfen, wie Sie diese ganzen Dinge einordnen müssen. Wir haben gelernt, dass es verschiedene Formen von Müdigkeit gibt. Die Schilddrüse meldet sich mit so einer On-Off, mit so einer Anschalten-Müdigkeit. Die Nebenniere meldet sich dann mit der Müdigkeit, deutlichen Müdigkeit in der Früh. Im Laufe des Tages wird es dann besser, also eher der Morgenmuffel und die Nachteule. Die Menschen mit chronischem Eisenmangel, die schlafen den ganzen Tag und wir haben gehört, die Menschen mit diesem chronischen Schlafablössyndrom, die trifft es im Prinzip am härtersten, denn die sind wirklich massivst müde. Bitte teilen Sie dieses Video. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen das nicht so ausführlich wissen, diese Unterschiede und danke an meine Kanalmitglieder. Wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Live. Der Termin wird im Mitgliederbereich verfügbar sein und teilen Sie das Video. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Danke fürs Zuhören und bis bald.